Oh, ich hab mich trocken Lalalala Lalalala Hey was ist das für ein komischer grüner Account Ein Hauptgoblin Ein Händler Ein Händler? Die grubben nix Hä, wieso kann ich hier rechts weg machen? Boah, du spezielle Sachen brauchst Ach, irgendein speziell ähm Monkey Island Du bist Monkey Island Du bist Monkey Island Mankay Island Mankay Mankay Minderes Bad Myth Bad Myth Das hab ich nicht gesagt Nee Nee, Zeugen? Nein Video? Keine Beweise Ah Ich warte eigentlich bis der Survey da eigentlich abschmiert Schon lange nicht mehr gehabt Nö Oh Okay Na gut Ja Andy, was machst du da oben? Pawcraft Weil wenn das nicht zu häufig ist, ist das ja nicht so schlimm Andy, dir ist klar, dass da alles wegkommt, ne? Dann schwebt das halt in der Luft Nee Alles aber schwebt nicht in der Luft Ach, lass nur ruhig da Der hört auch gar nicht zu, wenn was erklärt wird Das Ding kommt da eh weg, ne? Der Berg wurde nicht erschaffen, dass er glatt bleibt Der kommt komplett weg Der wird Upgrades machen hier Komm ich drüber zur WTA Ja Warum müsst ihr denn überall auf Bergen bauen? Ich hab doch gesagt Ebene 64, wie immer Und ich hab gesagt 3 Und ich hab gesagt 3 Und ich hab gesagt 3 Ja, dann geh doch da hinten in die Ecke Wie in die Ecke? Bist du bei Centos in der Nähe? Nein, der soll abhauen bei mir in der Nähe Ernsthaft? Ja, ernsthaft Ja, hier ist aber WTF Hier oben vielleicht Geh doch da hinten Richtung weit hin Das ist das Query-Ding Da sind über die Queries Nein, andere Richtung mein ich jetzt Achso links runter bei den Bären Bei mir da hinten Bei dem Wald Geh mal zur Centos, der soll erst zeigen Ich steh mich jetzt hier einfach irgendwo hin Nein, kann ich nicht Bin irgendwo weit weg Unter der Erde Bin man noch am Farm Ähm So Menschen 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 Oh nee Lenny nicht dahin Hab ich doch grad gesagt Also lass mich erstmal Dinge erforschen Okay Ich muss die Biest erforschen, vielleicht komm mal ja, ich scan dich Mach das ganz schnell mal Wo bist du Lenny? Warum hast du dich teleportiert? Hinten bei uns Komm mit Lenny Okay Sekunde, ich baue das Ganze noch ab, wo ist meine Axt? Um ihm das zu zeigen Wo ist die Axt? Axt Wo hast du den link geportiert? Da Da Komm mit Zenny, wir gehen da eben hin, der soll gleich durch das Orangener Portal springen Wenn er alles abgebaut hat Orangen Soll er doch da hinten denn gehen? Wohin rennst du? Zeig wo er hin kann Hier kann er hin, warte ich mach dir den Port hin Nein, ich bin schon da bei dir fast Da lass ich dir den Port da Hier hast du noch genug Platz Dann machst du ja alles Ich kann doch auch in das Queryloch nach unten gehen Ne, das Queryloch ist ja, das Schlimme ist es, das Queryloch wird noch genutzt, das weißt du ne Ach stimmt, das haben wir ja schon verplant Außen haben wir noch die Stinker hier Wollen wir die ins Queryloch packen? Wie ist, äh, schnackt? Jein Aber können wir fast so ähnlich machen Äh, kurz aufgucken Jo Ich muss ihm ja mein Werkzeug auflernen Ich wär das noch nicht Ihr dürft Vermögens Wohin Ich substit Nike Ich hab so keller Ja, du Was круг losgemos Man, an daneben, wie soll die beleben? Jault! 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 Centus hat gehustet. Ja, aber ja. Und? Was dagegen? Ja. Strickt. Nein, ich bin ins Loch runtergefallen. Oh! Oh, mein Loch hat das Loch gesagt. Ja, bevor die Turtle da jahrelang brauchen, war ich da sehr schnell mit dem Excavator und so'n Quatsch. Mhm. Die Eule. Was ist denn nochmal die Eule? Ah, da. Dings plus Geist. Nee. Dings plus Geist. Bam. Lenny, du sollst ja bei vm Kopf nicht alles zusammenreimen. Hm. Dings plus Geist. Joi. Dann ist Minecraft Leben. Und danach kommt goldische Flasche. Danny. Soll ich mal ein Backup machen? Was? Weiße Bauten und hier drei Meter. Dorn. Das kommt falsch macht und die wütend drauf sind das sein. Äh. Gestern waren hier immer so viele Monster bei mir in der Nähe. Jetzt sind hier keine mehr. Ja, aber da hat alles ausgeleuchtet da ist. Bestimmt. Ich hab hier gar nichts ausgeleuchtet. Dann haben die keinen Bot mehr zu dir gekommen. Oder irgendeine Pflanze hält die ab, kann auch sein. Ali nix wie sin. Es gibt auch ne Anti-Creeper Pflanze. Ja, aber keine Anti-Enderman. Die lässt die Creeper nicht mehr explodieren. Dann haben wir es ja gut. Haben eh keinen Blob-Creeping. Ja, aber ich mein jetzt nur, ne. Hey, die Koi. Wohl heftig. Die explodieren einfach nicht mehr dann. Ist das WTF? Der hier hinten ist... Peitsch die aus, dann arbeite die schneller. Ich schwör, wenn es einen Sklaven-Mod geben würde, ne. Ich wär der Erste, der den hätte. Hm. Das glaub ich dir sogar. Ich mag solche Mods. Hm. Hu... 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 U... Uniftho... 1374. Ach überhaupt, so weit war ich noch gar nicht entfernt. Irgendwie die ganzen Flaschen, ne. ist eine flasche müssen uns da was einfallen lassen ein bisschen viele 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 einregen hat seine pflanzen nein auch noch gewitter was mit meinen pflanzen braun die nicht regen obwohl ja mit regen generieren die etwas mehr man aber wenn ich kann in der nähe ist bringt das nix ich habe jetzt herausgefunden warum ich ja anscheinend bekommt man nur weniger okay solange ihr da wie das alles in standard bringt hole ich mir was zu essen bis gleich und ich kann das nutzen um einen kurzen cut hier rein von bei mir ist gleich lauter die früge Untertitelung des ZDF, 2020